Ist das nur so ein Gefühl, oder? War das jetzt irgendwie immer an mir, wenn wir einen genommen haben? Weil irgendwie komikerweise, wenn ich drinne war, haben wir eingenommen. Ich glaub nicht, oder? Das sah aber so aus immer, komikerweise. Ja, es ist alles, was ihr Jungs und Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge PVZ. Und bei mir lädt irgendwie gerade gar nichts hier. Ja, okay, hier sind einige gestorben gerade. Ich weiß nicht, warum. Jetzt fehlt auch irgendwie der Sound. Fragt mich nicht, was los ist. Jetzt ist hier sogar noch einer gestorben. Jedenfalls, ich bin heute den Physiker, wie ich ihn immer gerne nenne. Mal wieder gewünscht von Aydobu. Ey. Ziemlich verarschender mit deiner schwulen Drohne, Alter. Wund ich dein Ernst da oben, oder? Pfeife. Learn to play. Okay, what the fuck. Tankaktier versus... Ah, lol. Da lag ne Mine? Die hab ich gar nicht gesehen. Lol, bin ich fail. Das war mal Hardcore-Felden. Ich hab die auch die Halbümer drin. Da hab ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Ich wollte dir nämlich eigentlich ein Ding ins Entgegenschmeißen. Ah, der holt ab. Du Mumu. Ah ja. Trau dich. Jetzt ist er weg. Na gut. Egal, dann lassen wir's. Feuerschnapper halt. Hui. Hui. Und? Komm schon. Aha. So, das Ding ist schon mal kaputt. Da ist wieder Feuerschnapper. Gerade nicht treffe, warum auch immer. Ich bin fail gerade. War so ein bisschen doof. Nix wieder an meiner... Ich glaub, es lag wieder an meiner, äh, DPI. Die war wieder zu niedrig. Musste ich mal gerade hochsetzen. Der läuft jetzt da rein. Pass mal auf. Ich war da so noch da reingeschoben. So, zack. Da gibt's auch's Maul. Da oben ist, glaub ich, irgendwo eine Erbsalat gewesen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber. Tankaktier. Spring. Mensch, du. Oh, komm her, du feiges Stück. Weißt du, worauf du wartest? Alter, ich bin nicht doof. Du feiges Stück, du. So, jetzt komm ich aber mal hier hoch. Guck mal. Was hast du jetzt dazu, hä? Knapp daneben ist auch vorbei. Und ich treffe nix. Alter. What the fuck? Will der mich denn verarschen, oder was? Guck mal, mach ich einfach den hier. Was hältst du davon? Lol, Alter. Ich bin hier gegen den Schnapper am Kämpfen, ey. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Wir lassen's. Was ist los mit mir heute? Ich mach heute nur Scheiße. Lass doch Heilung, mein Lieber. Müsst noch mal langsam reinlaufen. Ja, klapp daneben ist auch vorbei. Ey, du Sch... Kleiner... Reck, sag du. Jetzt wartet der da. Wiedersehen. Die machen wir mal weg. Alter, was ist los mit mir? Ich trau mich gerade irgendwie gar nicht rein. Das ist keine schlechte Pflanzentruppe gerade. Da muss ich mal zuge... Ben. Komm, wir laufen mal rein. Alter. Da sind auch wirklich überall die Leute. Ich bin blöd, oder was? Ich hab dich nicht bemerkt, oder was? So. Das Ding holen wir weg. Ah, Nahkampf ist nicht gerade gut mit der. Ah, Gift-Erbse. Was willst du machen? Gift-Erbse. Lol, Alter. Der... Wieso frägt der nicht? Alter. What the fuck, Junge? Können ausflippen. Ah, wegen des hab ich's mal versucht, mal in den Garten mal reinzulaufen. Aber irgendwie ist... Ist, äh... Krass, die Leute sind gut. Die halten uns verdammt gut zurück. Wie sieht denn das andere Team aus? Ja, sind eigentlich nicht so gut. Ah, wobei drei... Drei Max-Leveler... Das ist eigentlich... Ja, gut. Wir trauen uns zu wenig. Das ist das Problem. Zu wenig Ingenieure, die sich um die Schnapper mal kümmern. Ich hab nur den Physiker, leider. Alter. Sack, ey. Wollen wir es mal gerade wieder hoch. Vertrau dir, ich kämpfe. Alter, ich treffe selber nichts. Ich bin so ein blöder Junge. Alter, ich hab selber fast nichts getroffen hier, ohne Scheiß. Wollen wir es mal gerade wieder hoch. Wieso sterben die nicht? Das hat das Problem einfach. Der Typ macht mir einfach viel zu wenig Schaden auf. So, das haben wir da auf jeden Fall gekillt gerade. So, jetzt sollten wir die Gunst mal ausnutzen hier, um einfach mal reinlaufen. Hier steht noch einer, Alter. Ist das nicht gemerkt? Kommt jetzt mal eine Bohne. So, alles klar. Ah, lol. Alter. Kommen da noch die Bohne an. Ich fass es nicht. Das ist halt das Problem, was ich auch immer wieder sage am Rauch. Du siehst halt, wenn der Rauch halt liegt, du siehst nichts. Das kann doch hier nicht wahr sein. Jetzt hab ich den dann mal noch geholt. Und Erbsenagent, Achtung, der haut mich fast um. Sehr gut. Alter. Kann doch nichts wahr sein. Bin ich fast noch verreckt hier. Hat irgendjemand auf mich geschossen. Der kleine, der kleine Schnätscher hier. Mal folgen wir mal gerade. Also. Ah, so viel dazu, mein Lieber. So, macht's gut. Passt. Jetzt läuft's gerade so ein bisschen. Muss ich zugeben. Ah, läuft's. Oh, lol. Ach, läuft's ein bisschen. Hat zwei Heilungen. Wie, was, 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 eine Verschwendung. Ist ja nicht so, dass die, äh, Dingens zu wenig heilt. Okay, die's down. Oh, lol. Alter, was ist los mit mir heute? Ich bin heute richtig scheiße dabei. Oh, da kommt's jetzt hier rein und macht uns kalt. Oder mich zumindest. Ja, hat mich ja da gekriegt. Weil ich mir viel Leben hatte. Schade. Ja, komm, ich nehm den mal an. Oder? Ah, schafft's nicht. Dann komm, egal. Lass es. Laufen wir nochmal neu rein. Kein Teleporter. Auch schlecht. Vielleicht sind die da am fighten. Gerade wie die Bekloppten. Weil die nächste dann mal gerade weg. So, hoffentlich ist da jetzt nichts drinne. Wenn da eine, äh, Kakteen-Spieler da ist, Max Level, der dürfte den Trick kennen. Ich suche so ein bisschen mit meinen Blitzen zu arbeiten. Verdammt. Jetzt sucht's mich mal wieder am Ohr. Okay, pass auf, dann gehen wir mal rein. Guck mal, die haben noch nichts eingenommen. Jetzt, als ich's gerade sage, haben wir dann was eingenommen. Geht mal rein. Scheiß Feuerschnapper. Ohne Witz, Alter. Scheiß Feuerschnapper, Junge. Das Damage ist einfach unerreichbar. Also, wie es ist bei den Schnappern, es gibt keinen, der besseren Schaden macht, finde ich. So, jetzt natürlich kein Teleporter. Immer noch nicht, oder? Immer noch nicht. Das ist nicht so geil. Hat er keinen Ingenieur, der es gerade schafft, den wohl aufzubauen. Der würde gerade hart belagert werden. Schade. Ich triff da aber auch nicht, ne? Ist auch der Hammer gerade. Was war denn da? Oh, nice. Hat's voll abbekommen. Alter. Alter! What the fuck, ey? Ihr Ficker. Kann nicht sein. Sorry. Grr. Äh, Mann. So, noch im Wall. Komm. Come on, ey. Das ist hier zu packen, ey. Das muss zu packen sein. Keiner will nicht angehen hier. Lord, what the fuck. Schalte dich mal. Komm. Da steht sogar schon da, mein Lieber. Okay, mal rein. Komm. Müssen wir langsam hier was machen. Letzen. Der ist down. Hinter dir. Alter, der lädt aber auch nicht nach, Mann. Was ist das in letzter Zeit für ein Bug hier? Dass der Kerl nicht nachlädt, ey. Echt ein Scherz hier. Wir ziehen uns einfach mal gerade zurück. Weiß, dass der Lutscher mich da gerade verfolgt. Das wird ihm nichts nützen. Mann, du Wichser, Alter. Scheiß Feuerschnapper, Junge. Du Missgeburt, Junge. Sorry, das muss jetzt mal gerade sein. Ich schreck mich über den gerade tierisch auf. Fuck, ey, Alter. So eine Scheiße. Ah, Mann, ey. Ja, kannst nichts machen. Die Pflanztruppe war zu gut, ey. Die haben es zu gut dagegen gehalten. Und meine Zombie-Kollegen haben es auch nicht hingekriegt. Genau so wenig wie ich, muss ich auch sagen. Obwohl ich Erster bin. Also, mhm. Ah. Was willst du halt machen? Naja, mit seinem Feuerschnapper war natürlich auf eins. Das ist klar. Naja, egal. Da müssen wir mal eine zweite Runde hinterher liefern. Was willst du halt machen? War halt viel zu kurz. Und ja, da würde ich sagen, bis gleich. So, und dann kommen wir zurück zur zweiten Runde. Ja, so. Gucken wir mal, was wir diese Runde kriegen. Wir haben gerade in der letzten Runde Tisch auf den Sack gekriegt. Ne. Quatsch, stimmt gar nicht. Die erste Folge von gestern. Die erste Runde von gestern. Das war die gerade eben gespielte Folge. Also, eigentlich nicht. So. Das hat das Schöne an Blitzklassen. Von wo? Ich weiß gerade nicht von wo. Loll. Wo lau' ich denn dagegen? Kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Wo ist die Drohne? So, die Drohne ist mal weg. Bau'n Teleporter. Bau'n Teleporter. Hallo. So, da kriegst du nämlich Heilung von mir. Wow, what the fuck. Aber Sack da oben. Du hast gerade mich mal ein paar auf die Fresse. Kann das sein? Ist ja unglaublich. So, ist der mal noch da oben, der Kollege? Ist er sogar wirklich noch? Aber jetzt hat er einen Fehler gemacht, denn er hat nämlich nur noch Zeug um sich herum gehabt. So. Kriegst du denn mal Heilung der Liebe? Ich hab die nicht mal angerechnet gekriegt. Wie geil ist das denn? So, eine Beschwörung. Aber wenigstens ist das durchgegangen. Warte mal. Da ist ein Schnapper. Weiß ja nie, ob der geil auf einen ist. Okay, die Jungs nehmen ein. Das ist sehr gut. Ach, schade. Ich hab da schön Schaden gerade gemacht. Nicht beim Blitzdamage. Hallo. Scheiße. Ach, wie leg denn deine Mine hin, Mann? Ohne Witz, ey. Ja, direkt noch mit der Mine hinlegen. Stimmt, ich laufe da jetzt nochmal rein. Denkst du, ich bin so blöd oder was? Ah, shit, ey. Ich hab, als ich gesprungen bin, war es zu spät. Da hab ich schon gesehen, dass da eine Mine lag. Da war es aber schon zu spät. Warte mal. Das trifft sich relativ gut. Ja, ich weiß nämlich, wer das ist, der dir gerade die Drohne da steuert. So, auf Wiedersehen. Haben wir nicht klar, dass der das ist. Sehr gut. Alter. So ein Damage, was der macht. Also, ich hab gleich mal eine Idee. Ich hab mal eine Idee. Pass mal auf jetzt. Ich wechsel mal gerade ganz kurz die Attacken. Pass mal auf. Ich will mal was ausprobieren, ob ich dann mit dem Bester zurechtkomme. Pass mal auf. Und zwar... Äh, nee. Fähigkeiten. Pass mal auf. Wir nehmen jetzt mal... den normalen Warp. Und ich mach mal... die Gepardenkugeln rein. Ich weiß schon, ob ich damit besser... besser laufe bei dem. Oh, oh. Nochmal. Ist der Blitzschnapper da? Der ist down, aber das ist noch eine Kaktier. Die fliegt da. Liebe, ist das? Ach, Mann. Überleg doch. So, hier gibt's noch Heilung für dich. Heil dich voll. Und dann kannst du weitergehen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich mit der... mit der Dingensheilung... äh, ob ich damit besser liege. Schön ist ja... an einem Blitzcharakter... du machst wirklich in jedem... zu jedem Master das Schaden. Weißt, ich hab sogar die... die Blume gerade nebenbei gekillt. Okay, die ist down, die Drohne. Ich treff den sogar noch. Wie geil ist das denn, Alter? Ich treff den sogar noch. What the... Und wo? What? Weiß nicht, wo ich beschossen werde. What the fuck? Achso. Heilung, mein Lieber. Ich denke an dich. So, okay. Quasi, ihr müsst jetzt mal so spielen. So ein bisschen wie so mit so einem... zum Chemiker. Schön in den Nahkampf jetzt rein. Sehr gut. Böhnchen rein. Wir sehen, du überlebst den hier nicht wieder. Dafür sorge ich. Nice one. Das war ja mal geil. Oh. Ein Schnapper. Na, lol. Wollt hier eigentlich nur rüber. Der verhückt mich gerade. Kann das sein? Ich wusste es. Ach, Mann. Scheiße. Schade. Schade, schade, schade. Aber wir nehmen gut ein. Wir sind gut dabei, auf jeden Fall. Jetzt macht das Team besser, auf jeden Fall. Ja, okay. Passt soweit. Ich muss auch ehrlich sein, jetzt ist es ein bisschen leichter mit dem zu spielen. Vorher hatte ich echt beschissene Attacken für den drin. So, man muss wirklich, glaube ich, den normalen Warp nehmen, damit der besser ist, der Charakter. Schade. Schade. Ich brauche da hinten noch nach, ob hier noch jemand ist. Nochmal, hier ist aber, glaube ich, denke ich mal, keiner mehr. Oh, sieht nicht so aus. Hier. Auch, glaube ich, keiner mehr. Auf den Boden gucke ich nicht, das soll natürlich eine Mine noch laufen. Von so einem, so einem intelligenten Typen. Okay. Hier ist wohl nichts mehr. Dann, gehen wir mal weiter. Da klappt er mir die, klappt er mir die Punkte, der Drecksack. So, und das ist das Problem. Habt ihr gerade gesehen? Das ist das Problem, warum ich ungern den Dingens nämlich nehme. Den, ähm, wie heißt es hier? Ihr wisst schon. Ähm, diesen, diesen, äh, Hechtsprung. Der ist scheiße, ich mag den nicht. Der ist scheiße, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, wieso den, wieso den manche gut finden. Ich mag den Hechtsprung nicht. Weil, damit komme ich nicht auf Positionen, mit dem ich, mit dem normalen Raketensprung, mit einem Schuss hochkomme. Oh. Alter, wie viele Blumen die haben, Alter. What the fuck, Junge? Voll die vielen Sonnenblumen, ey. Ist ja der Shit, ey. Ah, egal. Was soll's. Wieder kein Teleporter. Leute, arbeitet mal. Macht mal euren Job. Typisch Handwerker. Können nicht arbeiten. Ich weiß, ich bin selber Handwerker. Bin faul einfach. Morgens 9 Uhr. Der Chef kommt auf die Baustelle. Ja, machen wir erstmal Frühstück. Ist so, ist so. Wirklich, ohne Witz. Erste, was du machst als Handwerker, erst mal Frühstück. Kein Scheiß. Nein! Das klappt ja gar nicht. What the fuck, das reicht. Ich dachte, das reicht wirklich. Stirb halt, Mann. Oh, oh. Boah, Alter. Ich lass es überleben. Nein, ich hab genau auf den Punkt genau Schaden gekriegt von dem Drecksack. Ah, Gifterbse, ja. Da waren wir wieder das beste Beispiel für Gifterbse, ne. Einfach nur in die Richtung feuern. Die Störung schnippt schon irgendwo jemand. Warte mal. Sehr gut, alles tot. Hinter dir. Alter! Jetzt krieg ich da noch Unterstützung von so einer Feuerblume. Ich krieg zu viel. Da muss ich ihm sein Ernst sein hier. Hilft ihr mir noch die Feuerblume da hinten? Mr. Ich springe nur rum. Alles klar, ist tot. Komm, am Sworn wiederbeleben. Wir sind die Besten. Zack. Direkt hier eine Heilung hinstellen. Ja, lauf einfach weiter. Ist immer, ist immer gut. Ist immer gut auf jeden Fall. So. Sehr gut. Ja, bleib bitte da oben stehen. Warte. Jetzt. Fuck! Höre ich die Blume nicht. Ja, scheiße. Jetzt ist sie tot. Fuck. Verdammt. Ich treffe die scheiß Drohne da oben nicht. Der Junge ist gut. Alter! Gehlt den doch mal da oben, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Belabt euch. Keine Heilung des Anderen. Scheiße! Mist. Wir sehen. Ist ziemlich schwer zu schießen mit dem Kollegen. Muss ich wirklich zugeben. Nicht gerade leicht. Er ist noch nicht tot. Er lebt noch. Er ist auf jeden Fall nicht tot. Er lebt auf jeden Fall noch. Der Kollege da oben. Alter. So, Leute. Sollte man nicht spielen. Ganz ehrlich. Wenn man frisch aus dem Bug durch ist, sollte man nicht spielen. Gerade hier liegt irgendwo eine Mine oder so. Ich hab voll... Ja, okay. Jetzt seid alle voll. Ist gut. Bin auch ständig blau und voll. Ja, das hast du davon. Wenn du nicht guckst. So, das müssen wir mal gerade regeln hier. Halt's für mich mal gerade eben. Komm heimisch bitte. Sehr gut. Danke sehr. Ja, 100%. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Gehen wir mal weiter nach vorne. Willst du mich hier verarschen von dir oder was? Halt dich voll, Kollege. Halt dich doch jetzt noch voll. Ah, Gifterbsenficker da oben, ey. So ein Arschloch. So ein Arschloch, ey. Mit seiner scheiß Gifterbse da oben. Mach's mal gerade hier hoch. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr. Viel Zeit haben wir da oben nicht mehr. Ich fahre darauf rein oder was, Alter? Wie blöde hält der mich eigentlich? Haha. Dankeschön. Ich denke echt, ich wäre blöd oder so. Ohne Scheiß. Gibt er mal seine Minen hin? Ist doch klar, dass ich darauf achte. Verdammt. Gehen wir mal rein. Endlich mal. Man muss es ja mal machen. Sauber. Scheiß Gift-Erbse, Junge. Recken sollst du. Das ist doch noch ein Kraut gewesen. Ich flippe aus. War doch noch ein Kraut. So shit. Gut gelegt, mein Lieber. Muss ich dir lassen. Hast du gut gelegt? So. Deine. Ey, der hat eine Bombe am Arsch kleben. Der eine hier, guck mal. Hat er noch eine. Hat zwei am Arsch kleben. Guck mal, er hat fast sogar exakt dieselbe Position wieder. Aber geil, Junge. Ne, der wäre auf jeden Fall gestorben. Oder ist er auf jeden Fall gestorben. Blitzschaden springt über. Schade. Das ist intelligent von dir. Oh, oh. Das könnte mein Ende sein. Oh, okay. Doch nicht. Glück gehabt. Okay. Perfekt. 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 Ich glaube, ich bin einer Heilung dahin gestellt, ey. Ich sag mal Hallo zu dir. Hallo. Loll, ich häng fest. What the fuck, Junge. Häng ich da fest, ey. Vielleicht das sagt's. Ja, mit dem Schnapperding. What the fuck, Alter. Mit dem Schnapperding. Krass, Junge. Mit dem Schnapperding, Alter. Geht der auf mich mit dem Schnapperding los? Das achte ich als Beleidigung an. Natürlich nicht. Ist ein bisschen assi, so zu reden. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Hinter dir. Tschüss. Die Drohne weg. Also, ist weg. Problem ist jetzt nur. Jetzt haben wir natürlich leider keinen Ingenieur gerade hier stehen. Auf jeden Fall mal gerade hier stehen. Blitz versus Blitz. Wer gewinnt. Wer hat Blitz gewinnt. Ah, Blitz hat gewonnen. Blitz win. Nach vorne nochmal ein bisschen reinschießen. Wo ist denn der blöde Ingenieur hier? Kann aber nicht wahr sein. Bleibt der denn? Keiner will echt nicht angehen hier. Schade, nur Vorlage. Ich würde den gerade von oben... ...oben smashen. sehr gut. Wie lebt das gesetzt? Ich laufe mal gerade hier rein. Alter, what the fuck? Blitz versus Blitz, ne? Blitz versus Blitz, ne? Hat Blitz wohl gewonnen. Ist das nicht so ein Gefühl, oder? Merkt das jetzt irgendwie immer an mir, wenn wir eingenommen haben? Weil irgendwie komikerweise, wenn ich drinne, waren wir eingenommen. Ich glaube nicht, oder? Das sah aber so aus immer, komikerweise. Ja, haben wir geil. Sind wir aber eben doch bis zur Sonnenblumen noch gekommen. Richtig geil. Na, gucken. Es sind da irgendwelche Leute. Ne, scheinbar nicht. Scheinbar keiner in der... ...in den Flachskanonen drinne. Stürbst gleich, Kollege. Ist dir das klar? Ich bin schon, oder? So. Du stirbst. Wir sehen. Höre dpi empfehle ich dir. Oh, oh. Ich glaube, Schnapper ist nicht gut. Oh. Und wo? Ah! So der Kzau. Nein! Ah, scheiße. Ah, schade. Schade, schade, schade. Naja, was willst du machen? Scheiße, was, was will ich da machen? Nee. Aber ich merke wirklich, es ist besser, mit dem Warp zu spielen. Mit dem normalen Warp. Der ist wirklich besser für den Charakter. Ist eigentlich ja auch... Eigentlich ist ja für die meisten Wissenschaftler besser. Alter, fliege ich hoch. Krass. Krass. Komm, steht hier nicht rum. Macht Sinn, ihr da. Weißt du, was schönes gewesen wäre? Der ist die ganze Zeit wahrscheinlich so drauf geschossen. Bis die alte verreckt wäre. Die alte Schabracke. Ja, ist aber nicht so nett von euch da oben. Ah, schade. Schade. Da bin ich stockgestorben. So, shit. So, wieder nach vorne. Wobei es vielleicht hier mal angebracht wäre, sich vielleicht noch mal Rätsel zu lassen. Auch wenn man ein wenig Life hat. Hm. Gebe ich selber zu. Naja. Was willst du machen? Der Mann mit der Blitzbuchse. Ja, erinnere ich mich gerade dran. Stimmt ja. Der hat hier eine Buchse an, wo Blitze drauf sind. Komm, lass mal rein, Junge. Lass mal hier Heilung. Oh, Alter. The fuck. 2 zu 2. Echt? 2 zu 2? Ich dachte, ich hätte den öfters gekillt, den Kollegen. Naja, gut, egal. Was machst du? Was willst du machen? War deutlich öfters durch mich gestorben. So viel ist auf jeden Fall aber sicher. So. Haben wir die Runde ja gleich hinter uns gebracht. Alter Schwede. Das war jetzt eigentlich eine einständige Runde, ne? Alter Verwalter. Wir sind jetzt gerade... Also diese Runde ist mittlerweile fast 22 Minuten. Unfassbar. Wer hätte das gedacht? Na ja, gut. Alter, bitte nicht mit dem Schnapperding, ey. Das wäre echt jetzt was. Ach nein, ist der Militär gelaufen, die Sau. Ach, guck mal der. Der wollte mich wohl tot sehen, der Sack. Schade. Aber ich hoffe, wir gewinnen das vielleicht sogar noch. Könnte sein. Sieht gut aus gerade. Sieht gerade relativ gut aus. 30 Sekunden. Ah, ist recht für mich noch einmal, um einmal reinzukommen. Das dürfte ich noch einmal hinkriegen. Aber dann ist Sense. Vielleicht reiß ich ja noch was. Ich benutze mal meinen Wab schon mal. Mal ein bisschen schneller vorne sind. Und... Yeah. Schade. Kann man auch schießen eigentlich? Egal. Wir haben gewonnen. Umso besser. Sehr gute Truppe, muss ich zugeben. Also, ähm... Wie gesagt, ich weiß halt nicht wirklich, ob es daran lag. Wenn ich reingegangen bin, haben wir eingenommen. Lagt das echt an mir, oder? Keine Ahnung. Naja, egal. Wir haben gewonnen. Das ist das, was zählt. So, 14.080 Punkte. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Für den Physiker ist das auf jeden Fall okay. Auf der 2 gelandet. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich bin nicht der beste Heiler geworden. Das ist wiederum schade. Ähm, ja. Ah, guck mal, der Typ hat 60 Kills. Nicht schlecht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann dann. Ciao. Das, was mich so derbst an der stört, dass sie so wenig Schaden einfach macht. Das ist auch so derbst nervig. Bin in Klamm. Ja. Erstschlag sogar noch. Juhu. I love it, baby. I love it, baby. Das ist schon ein bisschen hohl, der Kerl, oder? Alter, doch nicht Gegner Metallblume. Das ist so viel Schuss ich habe. Du mich da triffst. Aber Weihnachten. Ich war gerade gerade daneben. Ja, da hat er aber getroffen. Na gut, aber ich lebe noch. Dank meinem Team habe ich noch überlebt.